Ich sehe eine Reise. Einen Mann, der die Ödnis durchquert. Einen Ritter? Einen Krieger. Eure Wege führen zusammen. Verneigt euch in Verzweiflung vor eurem neuen Herrn. Kallar erweckt die Seelen des unbeschreiblich Bösen. Ihr strebt danach, ganz Hyboria zu versklaven. Niemand sollte in Ketten leben. Ja, komm her! Lauf nur weg. Ich werde Berge zerstören, um dich zu finden. Ich folge dir in die Hölle. Ich werde in Ketten. Ja! Ja! Fertig! Fertig! Hold'em! Untertitelung des ZDF für funk, 2017